Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Douglas Adams, der elektrische Mönch. Dirk Gentleys holistische Didactime. Aus dem Englischen von Benjamin Schwarz. Gelesen von Simon Jäger. Diesmal würde es keine Zeugen geben. Diesmal war nur die tote Erde da. Ein Donnerrollen und das Einsetzen des unaufhörlichen, leichten Sprühregens aus Nordost, von dem offenbar sehr viele des Schicksals schwersten Augenblicke der Welt begleitet sind. Die Stürme des Vortags und des Tages davor und die Fluten der vergangenen Woche hatten inzwischen nachgelassen. Der Himmel platzte immer noch schier vor Regen, aber in die dichter werdende abendliche Finsternis fiel tatsächlich nichts weiter als dieses trübselige Geniesel. Ein leichter Wind fegte durch die dunkelnde Ebene, stolperte über die niedrigen Hügel und kariolte durch ein flaches Tal, in dem ein Bauwerk stand. Eine Art Turm, ganz allein, inmitten eines albtraumartigen Morasts, und sehr schief. Es war ein schwärzlicher Turmstumpf. Er stand da wie ein Magmablock, der aus einer der abscheulicheren Tiefen der Hölle nach oben gestiegen war, und neigte sich in einem sonderbaren Winkel zur Seite, als lasste etwas noch viel Schrecklicheres auf ihm als nur sein eigenes beträchtliches Gewicht. Er sah aus wie etwas Totes. Etwas seit Ewigkeiten Totes. Das Licht war gerade nur so eben zu sehen. Abgesehen natürlich von der Tatsache, dass niemand da war, der es hätte sehen können. Kein Zeuge. Diesmal nicht. Aber es war trotzdem ein Licht. Alle paar Minuten wurde es ein bisschen stärker und ein bisschen heller, und dann verblasste es langsam wieder, bis es fast erlosch. Zugleich trieb ein leiser Klagelaut mit dem Wind dahin, steigerte sich zu einer Art Gejammer und verhallte wieder ebenso hoffnungslos. Zeit verging. Dann erschien ein anderes Licht, ein kleineres, bewegliches Licht. Es tauchte nahe am Boden auf und bewegte sich einmal hüpfend um den Turm, wobei es gelegentlich Halt machte. Das Licht und die schattenhafte Gestalt, von der man gerade ebenso wahrnehmen konnte, dass sie es trug, verschwanden darauf wieder in dem Turm. Eine Stunde verging, und als die vorbei war, war die Dunkelheit total. Die Welt schien tot zu sein. Die Nacht ein schwarzes Loch. Und dann erschien das Glimmen in der Nähe der Turmspitze von Neuem und nahm diesmal entschlossener an Kraft zu. Schnell erreichte es die Helligkeit, die es vorher gehabt hatte, und brannte dann weiter, heller und heller. Der Klagelaut, der es begleitete, wurde immer lauter und schriller, bis er ein Jammerschrei war. Der Schrei kreischte weiter und weiter, bis er ein blendender Krach und das Licht eine ohrenbetäubende Röte waren. Und dann hörte auf einen Schlag beides auf. Eine Millisekunde lang war schweigende Finsternis. Ein überraschendes, bleiches, neues Licht blähte und bauschte sich tief aus dem Murast unter dem Turm hervor. Der Himmel presste sich zusammen. Ein Berg aus Matsch geriet in krampfhafte Zuckungen. Erde und Himmel grölten sich gegenseitig an. Es entstand ein schreckliches Rosa, ein plötzliches Grün, ein zögerndes Orange, das die Wolken besudelte. Und dann versickerte das Licht, und die Nacht war endlich unergründlich und abscheulich finster. Es gab kein anderes Geräusch mehr als das leise Rieseln von Wasser. Doch am Morgen erhob sich die Sonne mit ungewohntem Glanz und blitzte auf einen Tag herunter, der wärmer, klarer und heller war oder zu sein schien, oder zumindest erschienen wäre, wenn es jemanden gegeben hätte, dem er irgendwie hätte erscheinen können. Ein alles in allem lebendigerer Tag, als man ihn je gekannt hatte. Ein kristallklarer Strom floss durch die Trümmerreste des Tales, und Zeit begann ernstlich zu verrinnen. Hoch oben auf einem felsigen Vorgebirge saß ein elektrischer Mönch auf einem gelangweilten Pferd. Unter seiner groben Kutte hervorblickte der Mönch ungerührt in ein anderes Tal hinunter, mit dem er ein Problem hatte. Der Tag war heiß. Die Sonne stand an dem leeren, dunstigen Himmel und brannte auf die grauen Felsen und das kümmerliche, verdorrte Gras herunter. Nichts rührte sich. Nicht einmal der Mönch. Der Schwanz des Pferdes bewegte sich ein bisschen und wedelte leicht, womit er versuchte, etwas Luft aufzuwirbeln. Aber das war alles. Sonst rührte sich nichts. Der elektrische Mönch war ein Gerät zur Arbeitseinsparung wie ein Geschirrspüler oder Videorekorder. Geschirrspüler spülten für einen das langweilige Geschirr und ersparten einem so die Mühe, es selber spülen zu müssen. Videorekorder sahen sich für einen langweilige Fernsehprogramme an und ersparten einem so die Mühe, sie selber ansehen zu müssen. Elektrische Mönche glaubten für einen gewisse Dinge und ersparten einem damit, was allmählich zu einer immer beschwerlicheren Aufgabe wurde, nämlich alle Dinge zu glauben, die zu glauben, die Welt von einem erwartete. Leider hatte sich bei diesem elektrischen Mönch ein Fehler eingeschlichen. Und zwar hatte er begonnen, mehr oder minder wahllos und ziellos alle möglichen Dinge zu glauben. Er fing sogar an, Dinge zu glauben, an die zu glauben, den Leuten in Salt Lake City schwerfallen würde. Er hatte natürlich nie etwas von Salt Lake City gehört. Auch hatte er nie was von einer Quingigillion gehört, was über den Daumen gepaillt die Anzahl der Meilen war, die zwischen seinem Tal und dem großen Salzsee von Juta lagen. Das Problem, das er mit dem Tal hatte, war, der Mönch glaubte im Augenblick, dass das Tal und alles in dem Tal und um es herum, den Mönch und das Pferd des Mönchs eingeschlossen, einheitlich blassrosa sei. Das erklärte eine gewisse Schwierigkeit, jedes Ding von jedem anderen Ding zu unterscheiden. Und irgendetwas zu tun oder irgendwo hinzureiten, war deshalb unmöglich oder zumindest schwierig und gefährlich. Daher die Reglosigkeit des Mönchs und die Gelangweiltheit des Pferdes, das sich im Laufe der Zeit viele dusselige Dinge hatte gefallen lassen müssen, aber insgeheim das hier für eines der dusseligsten hielt. Wie lange glaubte der Mönch an diese Dinge? Tja, wenn es nach dem Mönch ging, ewig. Der Glaube, der Berge versetzt oder sie zumindest entgegen allen zu Gebote stehenden Beweisen für rosa hält, war ein fester, beständiger Glaube, ein mächtiger Fels, gegen den die Welt schleudern konnte, was sie wollte. Er hätte trotzdem nicht gewankt. In der Praxis, das wußte das Pferd, wehrte der Glaube im Durchschnitt ungefähr 24 Stunden. Wie stand's denn nun um dieses Pferd, das offensichtlich Meinungen hatte und Dinge skeptisch betrachtete? Ungewöhnliches Benehmen für ein Pferd, was? Vielleicht sogar ein ungewöhnliches Pferd? Nein. Obwohl es sicherlich ein hübsches, gut gebautes Exemplar seiner Gattung war, handelte es sich gleichwohl um ein völlig normales Pferd, wie es eine konvergente Entwicklung an vielen Orten hervorgebracht hat, an denen es Leben gibt. Pferde haben immer sehr viel mehr kapiert, als sie sich anmarken ließen. Es ist kaum möglich, Tag aus, Tag ein von irgendeinem anderen Geschöpf geritten zu werden, ohne sich eine Meinung darüber zu bilden. Andererseits ist es durchaus möglich, Tag aus, Tag ein auf einem anderen Geschöpf zu sitzen, ohne sich auch nur den leisesten Gedanken darüber zu machen. Als die ersten Modelle dieser Mönche gebaut wurden, achtete man sehr darauf, dass sie sofort als künstliche Gegenstände zu erkennen waren. Es dürfe nicht die Gefahr bestehen, meinte man, dass sie wie richtige Leute aussäen. Man würde ja auch nicht wollen, dass der Videorekorder sich während des Fernsehens den ganzen Tag auf dem Sofa rumflätzt. Und man würde nicht wollen, dass er in der Nase popelt, Bier trinkt und einen Pizzas holen schickt. Und so wurden die Mönche mit einem Blick für das Originelle in ihrer Ausführung und für das Praktische in ihren Reitfähigkeiten konstruiert. Das war wichtig. Leute und natürlich Dinge sahen auf einem Pferd echter aus, und so hielt man zwei Beine für angemessener und billiger als die üblicheren Primfaktoren 17, 19 oder 23. Die Haut, die man den Mönchen überzog, war rosig statt dunkelrot, zart und weich statt schartig und gezackt. Ihnen wurde auch nur ein einziger Mund und nur eine Nase zugebilligt, aber sie bekamen dafür ein zusätzliches Auge, was summa summarum zwei machte. Wirklich. Seltsame Gebilde. Aber wirklich fabelhaft, wenn es darum ging, die absurdesten Dinge zu glauben. Dieser Mönch hatte zum ersten Mal nicht einwandfrei funktioniert, als er eines Tages schlicht und einfach zu viel glauben musste. Er war aus Versehen mit einem Videorekorder quergeschaltet worden, der elf Fernsehprogramme gleichzeitig sah, und das hatte dazu geführt, dass ihm eine Reihe Unlogik-Schaltkreise durchbrannten. Der Videorekorder hatte sich die Programme natürlich nur anzusehen, er musste sie nicht auch noch glauben. Deshalb sind Gebrauchsanweisungen ja auch so wichtig. Nach einer hektischen Woche, in der der Mönch glaubte, Krieg ist Frieden, gut ist schlecht, der Mond besteht aus Schimmelkäse und Gott hat sehr viel Geld nötig, das man ihm auf ganz bestimmte Konten überweisen muss, glaubte er plötzlich, 35 Prozent aller Tische seien Hermaphroditen. Danach brach er zusammen. Der Mann aus dem Mönch-Elektroladen sagte, er bräuchte eine völlig neue Grundplatine, wies aber dann darauf hin, dass die neuen, verbesserten Mönch-Plus-Modelle zweimal so stark seien, die völlig neue Negativpotenz-Großspeichereinrichtung besäßen, die es ihnen erlaube, 16 völlig verschiedene und widersprüchliche Ideen gleichzeitig im Gedächtnis zu behalten, ohne dass es zu irgendwelchen irritierenden Systemfehlern komme, dass sie zweimal so schnell und mindestens dreimal so schlagfertig seien, und dass man ein ganz neues Modell für weniger Geld bekäme, als die Auswechslung der Grundplatine bei einem alten Modell koste. Das war's. Peng. Der defekte Mönch wurde in die Wüste geschickt, wo er glauben konnte, was er wollte, inklusive, dass man ihm übel mitgespielt habe. Er durfte sein Pferd behalten, weil Pferde so billig herzustellen waren. Eine Reihe von Tagen und Nächten, von denen er je nachdem glaubte, es seien drei, 43 und 598.703 gewesen, durchstreifte er die Wüste, setzte sein simples elektrisches Vertrauen in Felsen, Vögel, Wolken und eine Form von Elefantenspargel, die es überhaupt nicht gab, bis er schließlich hier aufkreuzte, auf diesem hohen Felsen, der ein Tal überschaute, das trotz des tiefen, inbrünstigen Glaubens des Mönchs nicht rosa war. Nicht einmal ein ganz kleines bisschen. Zeit verging. Zeit verging. Susan wartete. Je länger Susan wartete, desto länger unterließ es, die Haustürklingel zu läuten. Oder das Telefon. Sie sah auf die Uhr. Sie hatte das Gefühl, jetzt wäre es ungefähr an der Zeit, dass sie mit Recht sauer sein könnte. Sie war natürlich bereits sauer, aber das war sozusagen zu ihrer Zeit gewesen. Mittlerweile befanden sie sich wirklich, und wahrhaftig reichlich weit in seiner Zeit. Und selbst wenn man Verkehr, Pannen und seine übliche Geistesabwesenheit und Langsamkeit einkalkulierte, waren sie inzwischen mehr als eine halbe Stunde über die Zeit hinaus, die er beharrlich als den allerspätesten Zeitpunkt bezeichnet hatte, zu dem das Haus zu verlassen sie sich irgend leisten könnten, also wäre sie am besten schon fix und fertig angezogen. Sie versuchte sich Sorgen darüber zu machen, dass ihm irgendwas Schreckliches zugestoßen sei, glaubte aber keinen Augenblick daran. Ihm passierte nie was Schreckliches, obwohl sie allmählich der Meinung war, es wäre an der Zeit, dass es ihm verdammt noch mal passierte. Wenn ihm nicht bald was Schreckliches passierte, würde sie es vielleicht selber tun. Da hatte sie eine Idee. Sauer schmiss sie sich in den Sessel und sah sich im Fernsehen die Nachrichten an. Die Nachrichten machten sie sauer. Sie tippte auf der Fernbedienung herum und sah sich eine Weile was auf einem anderen Kanal an. Sie wußte nicht, was es war, aber es machte sie ebenfalls sauer. Vielleicht sollte sie anrufen. Der Teufel sollte sie holen, wenn sie anriefe. Vielleicht würde er, wenn sie anriefe, im selben Augenblick sie anrufen und nicht durchkommen. Sie weigerte sich zuzugeben, dass sie das eben gedacht hatte. Der Teufel sollte ihn holen. Wo war er? Wen kümmerte es denn überhaupt, wo er war? Sie jedenfalls nicht. Dreimal hintereinander hatte er das jetzt gemacht. Dreimal hintereinander war genug. Wütend suchte sie wieder zwischen den Kanälen rum. Sie fand eine Sendung über Computer und ein paar interessante neue Möglichkeiten, was man alles mit Computern und Musik machen konnte. Das war die Höhe. Das war wirklich die Höhe. Sie wußte, sie hatte es sich nur Sekunden vorher gesagt, dass es die Höhe sei, aber das war nun wirklich absolut und endgültig der Gipfel. Sie sprang auf, ging zum Telefon und langte nach einem angesäuerten File of Facts. Sie blätterte rasch drin herum und wählte eine Nummer. Hallo, Michael? Ja, hier ist Susan. Susan Way. Du hast gesagt, ich soll dich anrufen, wenn ich heute Abend frei wäre, und ich hab gesagt, lieber möchte ich tot in einem Straßengraben liegen. Erinnerst du dich? Tja, ich stelle plötzlich fest, dass ich frei bin. Absolut vollkommen und durch und durch frei, und ein annehmbarer Straßengraben ist meilenweit nicht in Sicht. Handle, solange du Gelegenheit dazu hast, ist mein Rat an dich. In einer halben Stunde bin ich im Tantress Club. Sie zog sich Schuhe und Mantel an, hielt kurz inne, als ihr Einfiel des Donnerstags war und sie ein neues, extra langes Band in den Anrufbeantworter einlegen sollte und war zwei Minuten später zur Haustür hinaus. Als endlich das Telefon klingelte, sagte der Anrufbeantworter freundlich, Susan Way könne in diesem Augenblick nicht ans Telefon kommen, aber wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlassen wolle, werde sie so bald wie möglich zurückrufen. Oder auch nicht. Es war ein kalter Novemberabend, von der eher altmodischen Sorte. Der Mond sah bleich und fahl aus, als sollte er in so einer Nacht eigentlich nicht auf sein. Er stieg unwillig auf und hing herum wie ein krankes Gespenst. Matt und verschwommen durch die Feuchtigkeit, die aus den ungesunden Mooren aufstieg, hoben sich als Silhouetten die verschiedenen Türme und Zinnen des St. Sardes Colleges Cambridge dagegen ab. Eines geisterhaften, über Jahrhunderte hindurch errichteten Gewimmels von Gebäuden, mittelalterlichen neben viktorianischen, odien neben Tudor. Nur in der Art, wie sie durch den Nebel in den Himmel ragten, schienen sie entfernt zueinander zu gehören. Zwischen ihnen huschten zitternd Gestalten von einem matten Lichtfleck zum nächsten, die Gespenster aus Atemluft zurückließen, die sich hinter ihnen mit der kalten Nacht vermengten. Es war sieben Uhr. Viele der Gestalten waren zu dem Speisesaal des Colleges unterwegs, der den ersten Hof vom zweiten Hof trennte und widerstrebend warmes Licht verströmte. Zwei Gestalten vor allem schienen besonders schlecht zusammenzupassen. Der eine, ein junger Mann, war groß, dünn und knochig. Obwohl er in einen schweren, dunklen Mantel gemummelt war, lief er ein bisschen wie ein beleidigter Reiher. Der andere war klein und rundlich und bewegte sich mit einer linkischen Hast wie eine Reihe älterer Eichhörnchen, die aus einem Sack zu entkommen versuchen. Sein Alter rangierte auf der älteren Seite von absolut unbestimmt. Wenn man auf eine beliebige Zahl tippte, war er wahrscheinlich etwas älter, aber, wie gesagt, man konnte es unmöglich feststellen. Gewiß war sein Gesicht tief gefurcht, und das bisschen Haar, das unter seiner roten, wollenen Skimütze hervorkam, war dünn und weiß und hatte weitgehend ganz eigene Vorstellungen davon, wie es sich zu verteilen gedachte. Auch er war in einen dicken Mantel gehüllt, aber darüber trug er einen sich bauschenden Talar mit völlig ausgeblichenen, dunkelroten Passbellen, Kennzeichen seines einzigartigen und eigenartigen akademischen Amtes. Beim Gehen führte der Ältere ganz allein die Unterhaltung. Er wies auf interessante Punkte am Weg hin, ungeachtet der Tatsache, dass es viel zu dunkel war, um irgendetwas davon zu sehen. Der Jüngere sagte »Ach ja« und »Wirklich wie interessant« und »So, so, so« und »Du meine Güte«.« Sein Kopf nickte feierlich. Sie betraten den Saal nicht durch den Haupteingang, sondern durch eine kleine Pforte an der Ostseite des Hofes. Sie führte zum Gemeinschaftsraum der Senior Fellows und einem dunkel getäfelten Vorraum, in dem sich die Dozenten versammelten, um in die Hände zu schlagen und »Rrrr« Geräusche von sich zu geben, ehe sie sich durch ihren eigenen Eingang an den High Table, den Honoratioren- und Professorentisch begaben. Sie hatten sich verspätet und legten ihre Mäntel eilig ab. Für den Älteren war das recht kompliziert, weil er erst seinen Professoren Talar ausziehen und dann wieder anziehen mußte, nachdem er aus dem Mantel geschlüpft war, dann seine Mütze in die Manteltasche stopfen und dann darüber nachdenken mußte, wo er seinen Schal gelassen hatte, bis ihm zu Bewusstsein kam, daß er ihn gar nicht mitgebracht hatte, während er in seiner Manteltasche nach seinem Taschentuch, dann in seiner anderen Manteltasche nach seiner Brille angelte, die er daraufhin ganz unerwartet in seinen Schal gewickelt fand, den er, wie sich herausstellte, also doch mitgebracht, aber nicht getragen hatte, und das trotz des feuchten und eiskalten Windes, der wie Hexenatem über die Moore geweht kam. Er schob den jungen Mann vor sich her in den Saal, wo sie die letzten beiden Plätze am High Table einnahmen und den nervös gerunzelten Stirnen und hochgezogenen Augenbrauen wegen der Störung des lateinischen Tischgebetes, die sie verursachten, mutig begegneten. Der Saal war an diesem Abend bis auf den letzten Platz gefüllt. In den kälteren Monaten stand er bei den Studenten stets höher im Kurs. Was ungewöhnlicher war, der Saal war mit Kerzen erleuchtet, wie das jetzt nur noch zu wenigen, besonderen Anlässen geschah. Zwei lange, vollbesetzte Tische dehnten sich in die schimmernde Dunkelheit. Bei Kerzenlicht waren die Gesichter der Leute lebendiger. Der gedämpfte Klang ihrer Stimmen, das Klirren von Besteck und Gläsern wirkten anregender, und in den dunklen Tiefen der riesigen Halle schienen all die Jahrhunderte, die es dies Gemäuer bereits gab, zugleich versammelt. Der Hightable selbst bildete einen Querarm an der Stirnseite und stand ungefähr einen Fuß höher als der Rest. Da es sich um einen Abend mit Gästen handelte, war der Tisch an beiden Seiten besetzt, um den zusätzlich geladenen Platz zu bieten, und viele der Gäste saßen deshalb mit dem Rücken zum Saal. »Also, Macduff, Junior«, sagte der Professor, als er sich gesetzt hatte und seine Serviette mit einer wedelnden Bewegung öffnete. »Erfreut, Sie wiederzusehen, mein Lieber. Froh, dass Sie kommen konnten. Keine Ahnung, wofür das alles hier passiert,« setzte er hinzu und blickte sich verwirrt im Saal um. »All die Kerzen und das Silber und so weiter, normalerweise heißt das, es gibt ein Fest, den er zu ehren von irgendjemandem oder irgendetwas, woran sich niemand erinnern kann, außer dass es für einen Abend besseres Essen bedeutet.« Er verstummte, dachte einen Moment lang nach und sagte dann, »Es scheint doch merkwürdig, meinen Sie nicht auch, dass die Qualität des Essens sich reziprok zur Helligkeit der Beleuchtung verändert. Lässt einen überlegen, welche kulinarischen Höhen das Küchenpersonal erklimmen könnte, wenn man es zu lebenslänglicher Finsternis verdonnerte. Könnte ein Versuch wert sein, meine ich. Gibt ein paar Kellergewölbe im College, die dazu benutzt werden könnten. »Ich glaube, ich habe Sie mal darin rumgeführt.« Hübsches Mauerwerk. All das geschah zu einer gewissen Erleichterung des Gastes. Es war das erste Zeichen seines Gastgebers, dass dieser überhaupt die leiseste Ahnung hatte, wer er sei. Professor Urban Chronotis, Regius oder königlicher Professor der Chronologie oder Reg, wie er am liebsten genannt wurde, hatte ein Gedächtnis, das er selbst einmal mit der Königin Alexandra Birdwing Butterfly verglichen hatte. Lebhaft, anmutig hin- und herhüpfend und mittlerweile leider fast gänzlich erloschen. Als Reg ihn vor ein paar Tagen wegen der Einladung angerufen hatte, war es ihm vorgekommen, als sei er außerordentlich begierig, seinen früheren Schüler wiederzusehen. Aber als Richard heute Abend zu ihm gekommen war, zugegebenermaßen ein bisschen verspätet, da hatte der Professor anscheinend verärgert die Tür aufgerissen, war beim Anblick von Richard erstaunt zusammengezuckt, hatte wissen wollen, ob er irgendwelche Gefühlsprobleme habe, hatte belästigt reagiert, als er sanft daran erinnert wurde, dass es inzwischen zehn Jahre her sei, seit er Richards College-Tutor war, und hatte schließlich eingeräumt, dass Richard sicher zum Abendessen gekommen sei, worauf er, der Professor, begonnen hatte, rasch und weitschweifig über die Geschichte der College-Architektur zu reden, ein sicheres Zeichen, dass er mit den Gedanken ganz woanders war. Wreck hatte Richard nie wirklich unterrichtet. Er war nur sein College-Tutor gewesen, was kurz hieß, dass er für sein allgemeines Wohlergehen verantwortlich war. Ihm sagte, wann die Examen stattfanden, dass er keine Drogen nehmen solle und so weiter. Tatsächlich war nicht ganz klar, falls Wreck jemals jemanden in etwas unterrichtet hatte, was das dann, wenn überhaupt gewesen wäre. Seine Professur war, gelinde gesagt, eine völlig obskure Angelegenheit, und da er sich seine Vorlesungspflichten durch die einfache und altehrwürdige Methode entledigte, dass er seinen potenziellen Studenten eine erschöpfende Liste von Büchern vorlegte, von denen er mit Sicherheit wusste, dass sie seit dreißig Jahren vergriffen waren, um dann einen Wutanfall zu kriegen, wenn sie sie nicht auftreiben konnten, hatte niemand je den genauen Gegenstand seiner akademischen Disziplin herausbekommen. Er hatte natürlich vor langen Zeiten als Vorsichtsmaßnahme die einzigen vorhandenen Exemplare der Bücher auf seiner Leseliste aus der Universitätsbibliothek und den College-Büchereien entfernt, so daß er nun viel Zeit hatte, um, tja, um zu tun, was immer das auch war, was er tat. Weil Richard es stets gelungen war, mit dem alten Kauz einigermaßen gut auszukommen, hatte er eines Tages den Mut gefasst, ihn zu fragen, was genau der königliche Lehrstuhl der Chronologie eigentlich sei. Es war einer jener hellen sommerlichen Tage gewesen, an denen die Welt jeden Moment vor Freude zu platzen scheint, schlicht, weil sie sie selbst ist, und Reg war in einer für ihn untypischen, sehr mitteilsamen Stimmung gewesen, als sie über die Brücke über den Kerm gegangen waren, der die älteren Teile des Colleges von den neueren trennt. »Eine Sinikure, mein Lieber, eine absolute Sinikure,« hatte er gestrahlt. »Eine kleine Summe Geld für eine sehr kleine, oder vielleicht sollten wir sagen, nicht existente Menge Arbeit, das verschafft mir ständig einen winzigen Vorsprung bei der Scherzfrage, an welchem behaglichen, wenn auch sparsamen Ort man am liebsten sein Leben verbringen möchte.« Er beugte sich über die Brückenrüstung und machte Richard auf einen ganz bestimmten Backstein aufmerksam, den er interessant fand. »Aber um welche Art Forschung geht es denn dabei?« hatte Richard weiter gefragt. »Um Geschichte, Physik, Philosophie oder was?« »Nun«, sagte Rack langsam, »da es sie so interessiert, der Lehrstuhl wurde einst von König George III. gegründet, der, wie Sie wissen, eine Reihe amüsanter Grillen pflegte, darunter die Überzeugung, dass einer der Bäume im großen Park in Windsor in Wirklichkeit Friedrich der Große sei. Der Lehrstuhl war seine persönliche Gründung, daher Regius, zudem seine eigene Idee, was etwas ungewöhnlicher ist.« Das Sonnenlicht tänzelte am Kerm entlang. Leute in Flusskähnen schrien sich beglückt gegenseitig an, sie sollten sich verpissen. Magere Naturwissenschaftler, die in ihre Zimmer eingesperrt, monatelang damit zugebracht hatten, weiß und fischig zu werden, traten blinzelnd ins Licht. Pärchen, die am Ufer entlang spazierten, erregten sich über die allgemeine Herrlichkeit von alledem dermaßen, dass sie erst mal wieder für eine Stunde nach drinnen verschwinden mussten. »Der arme, geplagte Kerl«, fuhr Regford, »George, der Dritte, meine ich, hatte, wie Sie vielleicht wissen, eine fixe Idee, und das war die Zeit.« Stopfte das Schloss mit Uhren voll, zog sie unablässig auf. Manchmal stand er mitten in der Nacht auf, schlich in seinem Nachthemd im Schloss herum und zog Uhren auf. Es lag ihm sehr viel daran, dass die Zeit immer weiter ging, verstehen Sie. Es hatten sich in seinem Leben so viele entsetzliche Dinge ereignet, dass er furchtbare Angst hatte, es könnte sich irgendetwas davon noch mal ereignen, wenn man zuließe, dass die Zeit jemals auch nur für einen Augenblick zurückschnappte. Eine sehr verständliche Furcht, besonders wenn man total plemplem ist, wie, das muss ich mit dem allergrößten Mitgefühl für den armen Karl leider sagen, er es zweifellos war. Er setzte mich, oder vielmehr sollte ich sagen, mein Amt, diese Professur ein. Verstehen Sie? Den Posten, den zu bekleiden, ich nun die Ehre habe. Was wollte ich sagen? Ah, ja, er gründete diesen Lehrstuhl der Chronologie, um herausfinden zu lassen, ob es irgendeinen bestimmten Grund dafür gäbe, warum eine Sache nach der anderen passiert und ob es eine Möglichkeit gäbe, das aufzuhalten. Da, wie ich sofort wusste, die Antworten auf die drei Fragen Ja, Nein und vielleicht waren, erkannte ich, dass ich mir danach für den Rest meiner Laufbahn freinehmen könnte. Und Ihre Vorgänger? Ah, waren völlig der gleichen Ansicht. Aber wer waren Sie? Wer waren Sie? Tja, hervorragende Köpfe natürlich, hervorragend, einer wie der andere. Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen irgendwann mal von Ihnen erzähle. Sehen Sie diesen Backstein dort? Wordsworth hat mal auf diesen Backstein gekotzt. Bedeutender Mann. All das war vor ungefähr zehn Jahren gewesen. Richard blickte sich in dem gewaltigen Speisesaal um und versuchte festzustellen, ob sich in der Zwischenzeit etwas verändert hatte. Und die Antwort war natürlich absolut gar nichts. Hoch oben in den dunklen Bögen, die im flackernden Kerzenlicht kaum zu sehen waren, hingen die gespenstischen Porträts von Premierministern, Erzbischöfen, politischen Reformern und Dichtern, die alle vielleicht zu ihrer Zeit auf denselben Backstein gekotzt hatten. Nun, sagte Wreck in einem lauten, vertraulichen Geflüster, als bringe er in einem Nonnenkloster das Thema Brustwarzenperforation aufs Tapet. Ich höre, Sie haben mit einem Mal auch sehr viel Erfolg, hm? Oh, na ja, tatsächlich, sagte Richard, der darüber so erstaunt war, wie jedermann sonst. Ja, das stimmt. Rund um den Tisch richteten sich mehrere Blicke starr auf ihn. Computer! hörte er weiter unten am Tisch jemanden herablassend einem Nachbarn zuflüstern. Die starren Blicke erschlafften und wandten sich ab. Hervorragend, sagte Wreck. Freut mich für Sie, freut mich sehr. Sagen Sie mir, fuhr er fort, und es dauerte eine Weile, bis Richard merkte, dass der Professor gar nicht mehr mit ihm sprach, sondern sich nach rechts seinem anderen Nachbarn zugewandt hatte. »Wofür ist denn das alles, dieses«, er wedelte mit der Hand Waage über die Kerzen und das College-Silber hinweg. »Zeug!« Sein Nachbar, eine ältliche, verschrumpelte Gestalt, drehte sich sehr langsam um und sah ihn an, als sei er sehr erbost darüber, so von den Toten erweckt zu werden. »Colridge!« sagte er mit einem dünnen Krächzen. »Es ist das Coleridge-Denersi, alter Dummkopf!« Sehr langsam wandte er sich ab, bis sein Blick wieder auf die Stirnwand gerichtet war. Sein Name war Corley. Er war Professor der Archäologie und Anthropologie, und hinter seinem Rücken sagte man oft von ihm, dass er die Archäologie nicht so sehr als ernste akademische Forschung betrachte, sondern eher als eine Gelegenheit, sich wieder mit seiner Kindheit zu beschäftigen. »Ach, wirklich!« murmelte Rack. »Wirklich!« und wandte sich wieder Richard zu. »Es ist das Coleridge-Dinner!« verkündete er wissend. »Colridge war Mitglied dieses Colleges.« »Verstehen Sie?« setzte er einen Augenblick später hinzu. »Colridge! Samuel Taylor! Dichter! Ich nehme an, Sie haben von ihm gehört. Das hier ist sein Dinner! Nun ja, natürlich nicht wortwörtlich. Da wär's mittlerweile kalt!« Schweigen. »Hier, nehmen Sie etwas Salz.« »Vielen Dank. Ich glaube, ich warte noch«, sagte Richard verdutzt. Es stand noch kein Essen auf dem Tisch. »Na los! Nehmen Sie schon!« drängte der Professor und hielt ihm den schweren, silbernen Salzstreuer hin. Richard zwinkerte verwirrt, aber mit einem inneren Schulterzucken streckte er die Hand danach aus. Doch in dem Augenblick, als er gezwinkert hatte, war der Salzstreuer verschwunden. Erstaunt fuhr er zurück. »Gut, was?« sagte Rack, während er den verschwundenen Streuer seinem leichenhaften Nachbarn zur Rechten hinter dem Ohr hervorzog, womit er ein überraschend kleinmädchenhaftes Kichern irgendwo anders am Tisch hervorrief. Rack lächelte schämisch. »Sehr irritierende Angewohnheit, ich weiß. Auf meiner Liste der Dinge, die ich aufgeben will, steht's an dritter Stelle hinter dem Rauchen und den Ärzten.« »Tja, da gab es also noch etwas, das sich nicht verändert hatte. Manche Leute popeln in der Nase, andere verprügeln regelmäßig alte Damen auf der Straße. Racks Luster war harmlos, wenn auch sonderbar. Er war verrückt nach kindlichen Zaubertricks. Richard erinnerte sich, als er zum ersten Mal mit einem Problem zu Rack gegangen war. Es war bloß die übliche Angst gewesen, die Studenten ab und zu befällt, besonders wenn sie Referate zu schreiben haben, aber damals war sie ihm wie eine düstere, böse Last vorgekommen. Rack hatte da gesessen und Richards Gefühlsergüssen mit dem tiefen Stirnrunzeln gespannter Aufmerksamkeit gelauscht. Als er endlich fertig war, sah Rack ernsthaft nach, strich sich viele Male übers Kinn, beugte sich schließlich vor und sah ihm in die Augen. »Ich vermute, Ihr Problem ist,« sagte er, »dass Sie zu viele Büroklammern in der Nase haben.« Richard starrte ihn an. »Gestatten Sie, dass ich's Ihnen demonstriere?« sagte Rack, lehnte sich über den Schreibtisch und zog Richard eine Kette aus elf Büroklammern und einen kleinen Gummischwan aus der Nase. »Aha, der wahre Übeltäter,« sagte er und hielt den Schwan in die Höhe. »Sie schleichen sich in Haferflockenpakete ein, verstehen Sie, und verursachen endlose Scherereien. Nun, ich bin froh, dass wir diesen kleinen Plausch hatten, mein Lieber. Bitte seien Sie ganz ungezwungen und stören Sie mich ruhig wieder, wenn Sie noch mal so ein Problem haben.« Selbstverständlich hatte Richard das nie mehr. Richard blickte sich am Tisch um und versuchte festzustellen, ob noch jemand da war, den er aus seiner Zeit am College kannte. Zwei Plätze weiter links saß der Professor, der Richards Studienleiter in Englisch gewesen war und keinerlei Anzeichen erkennen ließ, dass er ihn wiedererkannte. Es überraschte auch kaum, weil Richard seine drei Jahre am College damit zugebracht hatte, ihm beharrlich aus dem Weg zu gehen, oft sogar mit dem Trick, dass er sich an den Bart wachsen ließ und so tat, als sei er jemand anderer. Daneben saß ein Mann, dessen Identität zu erkennen, Richard nie gelungen war. Und das hatte auch niemand sonst geschafft. Er war mager und wühlmausartig und hatte die allerungeheuerlichste lange, knochige Nase, die man sich denken kann. Sie war wirklich sehr, sehr lang und knochig. Tatsächlich sah sie dem umstrittenen Kiel sehr ähnlich, mit dessen Hilfe für die Australier 1983 den America's Cup gewonnen hatten und über diese Ähnlichkeit war damals viel geredet worden. Natürlich nicht dem Mann ins Gesicht. Niemand hatte ihm jemals was ins Gesicht gesagt. Niemand. Jemals. Jeder, der ihm zum ersten Mal begegnete, war über seine Nase viel zu entsetzt und verlegen, um reden zu können. Und das zweite Mal war es wegen des ersten Mals noch schlimmer und so weiter. Jahre waren mittlerweile vergangen. Siebzehn im Ganzen. Die ganze Zeit war er nur von Schweigen umgeben. Im Speisesaal war es bei den College-Dienern lange üblich gewesen, links und rechts von ihm eine Salz-Pfeffer-Senf-Ménage hinzustellen, weil ihn niemand bitten konnte, sie mal rüberzureichen. Und jemanden auf der anderen Seite von ihm zu bitten, war nicht nur ungezogen, es war vollkommen unmöglich, weil seine Nase im Weg war. Die andere Merkwürdigkeit an ihm war eine Reihe von Bewegungen, die er machte und den ganzen Abend über regelmäßig wiederholte. Sie bestanden daraus, dass er mit jedem Finger der linken Hand der Reihe nach auf den Tisch trommelte und dann mit einem Finger der rechten Hand. Dann tippte er ab und zu mit irgendeinem anderen Körperteil dagegen, einem Knöchel, einem Ellbogen oder einem Knie. Wenn er wegen des Essens damit aufhören musste, begann er mit jedem Auge einzeln zu zwinkern und gelegentlich mit dem Kopf zu nicken. Kein Mensch hatte es natürlich jemals gewagt, ihn zu fragen, warum er das machte, obwohl alle vor Neugier platzten. Richard konnte nicht sehen, wer auf der anderen Seite neben ihm saß. In der anderen Richtung, hinter Rex leichenhaftem Nachbarn saß Watkin, der Altphilologe, ein Mann von erschreckender Trockenheit und Wunderlichkeit. Seine schweren, randlosen Brillengläser waren beinahe massive Glaswürfel, in denen seine Augen ein unabhängiges Leben zu führen schienen, wie Goldfische. Seine Nase war ziemlich gerade und normal, aber darunter trug er denselben Bart wie Clint Eastwood. Seine Augen schwammen um den Tisch herum, während er sich aussuchte, an wen er diesen Abend das Wort richten würde. Er hatte überlegt, dass seine Beute einer von den Gästen sein könnte, nämlich der neu ernannte Chef des dritten Radioprogramms der BBC, der ihm gegenüber saß. Aber leider hatten sich ihn schon der Musikdirektor des Colleges und ein Philosophie-Professor gekrallt. Die beiden setzten dem gepeinigten Mann gerade auseinander, dass der Begriff »zu viel Mozart«, eine vernünftige Definition dieser drei Worte vorausgesetzt, ein in sich widersprüchlicher Ausdruck sei und dass jeder Satz, der eine solche Wendung enthalte, dadurch sinnlos werde und folglich nicht als Teil eines Arguments zugunsten irgendeiner bestimmten Programmplanung geltend gemacht werden könne. Der arme Kerl begann bereits sein Besteck viel zu fest zu umklammern. Seine Augen sausten verzweifelt und nach Rettung suchend herum, begingen aber den Fehler, sich an die von Watkin zu heften. »Guten Abend«, sagte Watkin charmant lächelnd, nickte überaus freundlich und ließ dann seinen Blick sich gläsern auf seinen Teller mit der eben angelangten Suppe senken, von wo er sich nicht mehr ablenken lassen würde. »Noch nicht.« »Lass den Kerl ruhig ein bisschen zappeln.« Er wollte, dass ihm die Rettung mindestens ein gutes halbes Dutzend ansehnlich honorierter Radiovorträge einbrächte. Hinter Watkin entdeckte Richard plötzlich die Quelle des kleinen Mädchenkicherns, das Rex Zaubertrick quittiert hatte. Erstaunlicherweise handelte es sich um ein kleines Mädchen. Sie war ungefähr acht Jahre alt, hatte blondes Haar und wirkte ziemlich niedergeschlagen. Sie saß da und trat ab und zu mürrisch gegen das Tischbein. »Wer ist das?« fragte Richard Rex erstaunt. »Wer ist was?« fragte Rex Richard erstaunt. Richard zeigte verstohlen in ihre Richtung. »Das Mädchen!« flüsterte er. »Das kleine, kleine Mädchen!« »Ist die etwa irgendein neuer Mathematikprofessor?« Rex spähte zu ihr hinüber. »Wissen Sie«, sagte er verwundert, »Ich habe nicht die blasseste Ahnung. Ist mir noch nie passiert, wie ungewöhnlich.« In diesem Moment wurde das Problem durch den Mann von der BBC gelöst, der sich plötzlich aus dem logischen Halbnerzen, in den ihn seine Nachbarn gezwängt hatten, herauswand und das Mädchen anfuhr, weil es gegen den Tisch trat. Sie hörte auf, gegen den Tisch zu treten und trat mit verdoppelter Energie in die Luft. Er sagte zu ihr, sie solle versuchen, sich ein bisschen zu vergnügen, und da trat sie ihn. Auf diese Weise fiel ein kurzer Freudenschimmer auf ihren niedergedrückten Abend, doch der wehrte nicht lange. Ihr Vater teilte dem Tisch kurz und eingehen seine Ansichten über Babysitter mit, die Leute im Stich lassen, aber niemand wusste, mit dem Thema viel anzufangen. »Ein größeres Buchstuhuteprogramm«, nahm der Musikdirektor den Faden wieder auf, »ist natürlich zweifellos längst überfällig. Ich bin sicher, Sie werden diese Situation bei der erstbesten Gelegenheit mit Freuden bereinigen.« »Oh, äh, ja«, erwiderte der Vater des Mädchens und verschüttete seine Suppe. »Äh, das heißt, er ist doch nicht derselbe wie Gluck, nicht wahr?« Das kleine Mädchen trat wieder gegen das Tischbein. Als ihr Vater sie streng ansah, legte sie den Kopf zur Seite und stellte ihm leise eine Frage. »Jetzt nicht«, beharrte er so leise wie möglich. »Wann dann? Später. Vielleicht. Später, mal sehen.« Sie ließ sich mürrisch gegen die Lehne zurückplumpsen. »Immer sagst du später«, maulte sie. »Armes Kind«, flüsterte Rack. »An diesem Tisch sitzt kein Professor, der sich innerlich nicht genauso verhielte. Ah, vielen Dank!« Ihre Suppe kam und lenkte ihn und Richard ab. »Also, erzählen Sie mal«, sagte Rack, nachdem sie beide ein paar Löffel voll gegessen hatten und voneinander unabhängig zu dem Schluss gelangt waren, dass es sich um keine Geschmacksekstase handelte. »Was Sie so gemacht haben, mein Lieber, hat was mit Computern zu tun, wie ich höre, und auch was mit Musik. Ich dachte, Sie studierten Englisch, als Sie hier waren, wenn auch sicherlich nur in Ihrer Freizeit.« Er sah Richard über den Rand seines Suppenlöffels bedeutungsvoll an. »Aber warten Sie mal«, fiel er sich ins Wort, ehe Richard zu sprechen Gelegenheit hatte, »erinnere ich mich nicht vage daran, dass Sie irgend sowas wie einen Computer hatten, als Sie hier waren? Wann war das? 1977?« Na ja, was wir 1977 ein Computer nannten, war eher sowas wie ein elektrischer Aberkus, aber... Oh, bitte, machen Sie den Aberkus nicht schlecht, sagte Rack. In erfahrenen Händen ist er ein sehr raffiniertes Rechengerät. Außerdem benötigt er keinen Strom, kann aus allen Dingen hergestellt werden, die man bei der Hand hat und macht nicht mitten in einer wichtigen Arbeit Piep. Dann wäre ein elektrischer besonders sinnlos, sagte Richard. Wohl wahr, räumte Rack ein. Es gab wirklich nicht viel, was diese Maschine machen konnte, was man nicht selber in der halben Zeit mit sehr viel weniger Anstrengung machen konnte, sagte Richard. Aber andererseits war sie sehr zweckmäßig, weil sie so ein langsamer und dummer Schüler war. Rack sah ihn spöttisch an. »Ich hatte keine Ahnung, dass Sie offenbar so selten waren,« sagte er. »Wenn ich von hier, wo ich sitze, mit Brotkügelchen schmeiße, würde ich mindestens ein Dutzend Besitzer treffen.« »Sicherlich. Aber sehen Sie es mal so, was ist denn wirklich der Grund, warum man versucht, jemandem irgendetwas beizubringen?« Auf diese Frage schien sich rechts und links am Tisch ein gleichgesinntes Beifallsgemome zu erheben. Richard fuhr fort, »Ich meine, wenn man wirklich was begreifen möchte, ist der beste Weg der, dass man versucht, es jemand anderem zu erklären.« Das zwingt einen, sich im eigenen Kopf darüber klar zu werden, und je langsamer und dümmer der Schüler ist, desto weiter muss man das Problem in immer einfachere Gedanken unterteilen. Und das ist eigentlich das Grundprinzip des Programmierens. Wenn man einen komplizierten Gedanken in kleine Schrittchen gegliedert hat, mit denen sogar eine dumme Maschine umgehen kann, hat man bestimmt selber etwas davon begriffen. Normalerweise lernt der Lehrer mehr als der Schüler. Ist das nicht so? Es wäre schwierig, viel weniger als meine Schüler zu lernen, kam ein tiefes Brummen von irgendwo am Tisch, ohne mich eine Lobotomie zu unterziehen. Ich mühte mich jedenfalls damals ganze Tage damit ab, meine Referate auf diesem 16k-Apparat zu schreiben, für die ich auf einer Schreibmaschine ein paar Stunden gebraucht hätte. Aber was mich daran reizte, war der Versuch, der Maschine genau zu erklären, was ich von ihr wollte. Ich schrieb mir im Grunde mein eigenes Textprogramm in BASIC. Ein simpler Such- und Austauschbefehl nahm ungefähr drei Stunden in Anspruch. Ich weiß im Moment gar nicht, haben Sie eigentlich überhaupt jemals irgendwelche Referate fertig bekommen? Nun ja, eigentlich nicht. Keine richtigen Referate, aber die Gründe dafür waren absolut faszinierend. Zum Beispiel entdeckte ich, dass... Er unterbrach sich und lachte vor sich hin. Ich spielte auch Keyboards in einer Rockgruppe, aber natürlich, fügte er hinzu, half das nicht viel. Ach, das hab ich gar nicht gewusst, sagte Wreck. Ihre Vergangenheit enthält dunklere Partien, als ich für möglich gehalten hätte. Eine Eigenschaft möchte ich anmerken, die Sie mit dieser Suppe teilt. Er wischte sich den Mund sehr sorgfältig mit seiner Serviette. Ich muss irgendwann mal ein ernstes Wort mit der Küchenmannschaft reden. Ich würde gerne sicher gehen, dass Sie die rechten Dinge behalten und die richtigen wegwerfen. So. Eine Rockgruppe, sagen Sie? Ja, 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 großer Gott. Ja, sagte Richard. Wir nannten uns die ziemlich gute Band, was wir in Wirklichkeit nicht waren. Unser Ziel war es, die Beatles der frühen 80er zu werden. Aber wir erhielten einen viel besseren finanziellen und juristischen Rat, als ihn die Beatles je bekamen. Und er lautete im Wesentlichen, macht euch keine Sorge. Und das taten wir dann auch nicht. Ich ging aus Cambridge weg und hungerte drei Jahre. Aber habe ich Sie in der Zeit nicht mal zufällig getroffen? sagte Rack. Und Sie behaupteten, Sie verdienten sehr viel Geld? Als Straßenfeger, ja. Es lag furchtbar viel Dreck auf den Straßen. Mehr als genug hatte ich das Gefühl, um für ein ganzes Leben zu reichen. Aber ich wurde gefeuert, weil ich meinen Dreck einem anderen Straßenfeger auf den Weg fegte. Rack schüttelte den Kopf. Der falsche Beruf für Sie, da bin ich sicher. Es gibt genug Beschäftigungen, wo so ein Verhalten rasche Beförderung garantieren würde. Ich habe einige Berufe durchprobiert, aber keiner hat mich besonders beeindruckt. Und ich blieb auch in keinem sehr lange, weil ich immer zu müde war, um ihn richtig auszuüben. Man fand mich schlafend über Hühnerstellen oder Akten, Schränken, zusammengesunken, je nachdem, was in dem Job zu tun war. Ich hatte halt die ganze Nacht am Computer gewacht, verstehen Sie? Um ihm beizubringen, alle meine Entchen zu spielen. Das war ein wichtiges Ziel für mich. Sicher, stimmte Rack zu. Vielen Dank, sagte er zu dem College-Diener, der den halbgeleerten Suppenteller vor ihm wegnahm. Vielen herzlichen Dank. Alle meine Entchen, wie? Gut, gut. Aber zweifellos ist Ihnen das schließlich gelungen und das erklärt Ihre augenblickliche Berühmtheit. Ja? Naja, es hängt ein bisschen mehr dran als bloß das. Das habe ich befürchtet. Aber schade, dass Sie das Ding nicht mitgebracht haben. Es könnte die arme junge Dame ein wenig aufmundern, die im Augenblick unsere langweilige, bärbeißige Gesellschaft über sich ergehen lassen muss. Ein paar Takte von alle meine Entchen würden wahrscheinlich viel dazu beitragen, ihre Laune zu heben. Er beugte sich nach vorn, um an seinen beiden Nachbarn zur Rechten vorbei, zu dem Mädchen hinüber zu sehen, das immer noch missgelaunt auf seinem Stuhl hing. »Hallo!« sagte er. Sie blickte erstaunt auf, dann senkte sie schüchtern den Blick und baumelte wieder mit ihren Beinen. »Was findest du schlimmer?« fragte Rack. »Die Suppe oder unsere Gesellschaft?« Sie ließ ein kleines, widerwilliges Lachen hören und zuckte, noch immer mit niedergeschlagenem Blick, mit den Schultern. »Ich finde es klug von dir, dass du dich in diesem Stadium noch nicht festlegst,« fuhr Rack fort. »Ich persönlich, ich warte, bis ich die Karotten sehe, ehe ich irgendein Urteil fälle. Sie kochen schon seit dem Wochenende, aber ich fürchte, es reicht vielleicht immer noch nicht. Das Einzige, was eventuell noch schlechter ist als die Karotten, das ist Watkin. Er ist der Mann mit der komischen Brille, der zwischen uns sitzt. Ich heiße übrigens Rack. Komm rüber und tritt mich, falls dir danach ist.« Das Mädchen kicherte und schaute zu Watkin hoch, der sich aufrichtete und einen erschreckend hoffnungslosen Versuch unternahm, freundlich zu lächeln. »Na, kleines Mädchen?« sagte er säuerlich zu ihr und sie musste verzweifelt dagegen ankämpfen, nicht wegen seiner Brille herauszuplatzen. Es kam so keine große Unterhaltung zustande, aber das Mädchen hatte einen Verbündeten und fing an, ein winzig kleines bisschen Spaß zu haben. Ihr Vater schenkte ihr ein erleichtertes Lächeln. Rack wandte sich wieder Richard zu, der plötzlich fragte, »Haben Sie eigentlich keine Familie?« »Äh, nein«, sagte Rack leise. »Aber erzählen Sie weiter. Nach, alle meine Entchen, was kam dann?« »Also, um es kurz zu machen, Rack, ich landete schließlich bei WayForward Technologies.« »Ah, ja, der berühmte Mr. Way. Erzählen Sie mal, wie ist er eigentlich?« Richard ärgerte sich immer ein bisschen über diese Frage, wahrscheinlich, weil sie ihm so oft gestellt wurde. »Besser und schlechter, als in den Zeitungen über ihn geschrieben wird. Ich mag ihn sehr, wirklich. Wie jeder gehetzte Mensch kann er manchmal etwas anstrengend sein, aber ich kenne ihn schon seit den allerfrühsten Zeiten der Firma, als weder sein noch mein Name ein Pfifferling wert waren. Er ist prima. Es ist nur so, dass es besser ist, wenn man ihm nicht seine Telefonnummer überlässt, es sei denn, man besitzt einen Anrufbeantworter im Industrieformat.« »Was? Wieso denn das?« »Ja, er ist einer von den Menschen, die nur denken können, wenn sie reden. Wenn er irgendwelche Ideen hat, muss er sie jemandem ausführlich erzählen, ganz egal, wer zuhört. Oder wenn die Leute persönlich nicht zur Verfügung stehen, das immer häufiger der Fall ist, tun es auch ihre Anrufbeantworter. Er ruft sie einfach an und redet mit ihnen. Er hat eine Sekretärin, deren einzige Aufgabe darin besteht, die Tonbänder bei den Leuten einzusammeln, die er angerufen haben könnte, sie zu übertragen, zu ordnen und ihm am nächsten Tag redigiert in einer blauen Mappe zu überreichen. »In einer blauen? Äh?« »Fragen Sie mich, warum er nicht einfach ein Bandgerät benutzt,« sagte Richard mit einem Achselzucken. Greg dachte darüber nach. »Ich nehme an, er benutzt kein Bandgerät, weil er nicht gerne mit sich selber redet,« sagte er. »Das ist doch logisch gewissermaßen.« Er nahm eine Portion des soeben servierten Porco-Poivre und kaute eine Weile darauf herum, ehe ihr Messer und Gabel wieder für einen Moment sanft beiseite legte. »Und was,« sagte er schließlich, »ist bei alledem die Rolle von Macduff Junior?« Tja, Gordon hat mir den Auftrag erteilt, ein größeres Programm für den Apple Macintosh zu schreiben. Finanzstatistiken, Buchhaltung, all sowas, leistungsstark, einfach zu benutzen, viel Grafik. Ich fragte ihn, was genau er alles drin haben wollte, und er sagte nur, »Alles. Ich will für diesen Apparat das Top-Produkt an Geschäftssoftware, ein Programm mit Pauken und Trompeten. Und da ich ziemlich exzentrisch bin, nahm ich ihn beim Wort. Verstehen Sie? Ein Zahlenschema kann alles darstellen, was man möchte. Es kann dazu benutzt werden, eine Oberfläche kartografisch zu erfassen oder irgendwelche Bewegungsprozesse abzustimmen und so weiter. Und alle Rechenschaftsberichte von Firmen sind letzten Endes nichts weiter als ein Zahlenschema. Ich setzte mich also hin und schrieb ein Programm, das alle diese Zahlen nimmt und damit macht, was man will. Wenn man einfach eine Balkengrafik haben will, macht es aus ihnen eine Balkengrafik. Wenn man sie als Tortendiagramm oder als Kurve dargestellt haben möchte, macht es aus ihnen ein Tortendiagramm oder eine Kurve. Wenn man haben will, dass tanzende Mädchen aus dem Tortendiagramm hüpfen, um die Aufmerksamkeit von den Zahlen abzulenken, die eigentlich in dem Tortendiagramm dargestellt werden, dann macht das Programm auch das. Oder sie können ihre Zahlen zum Beispiel in einen Schwarm Möwen verwandeln und an der Formation, in der sie fliegen und der Art, in der jede Möwe mit ihren Flügeln schlägt, lässt sich die Leistung jeder einzelnen Abteilung ihrer Firma ablesen. Fantastisch, wenn man bewegliche Firmenembleme herstellen möchte, die wirklich was bedeuten. Aber die verrückteste Idee von allen ist, dass, wenn man seine Firmenrechenschaftsberichte als ein Musikstück dargestellt haben möchte, das Programm auch das machen kann. Naja, ich hielt es für verrückt. Die Geschäftswelt geriet darüber vor Begeisterung aus dem Häuschen. Wreck betrachtete ihn ernst über ein Karottenstück hinweg, das er vor sich anmutig auf seiner Gabel balancierte, unterbrach ihn aber nicht. Verstehen Sie, jeder Aspekt eines Musikstücks kann als eine Reihe von Zahlenschemata ausgedrückt werden, schwarmte Richard. Zahlen können die Höhe von Tönen ausdrücken, die Länge von Tönen, Strukturen aus Höhen und Längen. Sie meinen Melodien, sagte Wreck. Die Karotte hatte sich immer noch nicht bewegt. Richard grinste. Melodien wäre ein sehr gutes Wort dafür. Ich muss mir das merken. Es würde Ihnen helfen, sich einfacher auszudrücken. Wreck legte die Karotte ungekostet auf den Teller zurück. Und dieses Programm war also ein voller Erfolg? fragte er. Bei uns in England nicht so sehr. Die jährlichen Rechenschaftsberichte der meisten britischen Firmen hörten sich an wie der Trauermarsch aus Saul. Aber in Japan flogen sie drauf wie ein Rudel Vampire. Es ergab massenweise lustige Firmenhymnen, die munter losgingen, aber wenn man kritisch sein wollte, würde man wahrscheinlich sagen, dass sie gegen Ende dazu neigten, ein bisschen laut und quiekig zu werden, brachte sensationelle Umsätze in den Staaten, was geschäftlich die Hauptsache war. Was mich inzwischen aber am meisten interessiert ist, was passiert, wenn man die Rechenschaftsberichte ganz rauslässt, wenn man die Zahlen, die darstellen, wie Schwalbenflügel flattern, direkt in Musik umsetzt. Was würde man dann hören? Nicht das Klingeln von Ladenkassen, meint Gordon. Faszinierend, sagte Reck. Sehr faszinierend, und steckte sich die Karotte endlich in den Mund. Er wandte sich ab und beugte sich nach vorn, um mit seiner neuen Freundin zu sprechen. Watkinsi den Kürzeren, verkündete er. Die Karotten haben einen neuen Negativrekord erreicht. Entschuldigen Sie, Watkins, aber so grässlich Sie auch sind, die Karotten haben, so leid es mir tut, nicht ihresgleichen. Das Mädchen kicherte unbefangener als das letzte Mal und lächelte ihn an. Watkins versuchte, das Ganze mit Humor zu nehmen, aber als seine Augen zu Reck hinüberschwammen, sah man deutlich, dass er mehr daran gewöhnt war, Leute in Verlegenheit zu bringen, als selber in Verlegenheit gebracht zu werden. Bitte, Daddy, darf ich jetzt? Mit ihrem Neugefassten, wenngleich Schwachen, Zutrauen, hatte das Mädchen auch eine Stimme bekommen. Später, beharrte ihr Vater. Jetzt ist doch schon später, ich hab's genau gecheckt. Nun, ja, er zögerte und war verloren. Wir sind in Griechenland gewesen, erzählte das Mädchen mit leiser, schüchterner Stimme. Ach, wirklich, sagte Watkins mit einem leichten Nicken. So, so, irgendwo Besonderes oder einfach Griechenland ganz allgemein? Patmos, sagte sie entschlossen. Es war schön. Ich glaube, Patmos ist der schönste Ort auf der ganzen Welt. Nur, dass die Fähre nie kam, wenn es hieß, sie kommt. Nie, nie. Ich hab's genau gecheckt. Wir haben unseren Flug verpasst, aber das war mir egal. Ah, Patmos, ich verstehe, sagte Watkins, den die Mitteilung sichtlich wachrüttelte. Nun ja, eines musst du verstehen, junge Dame, dass nämlich die Griechen nicht zufrieden damit, dass sie die Kultur der Antike beherrscht haben, auch verantwortlich sind für das Bedeutendste, manche würden sagen, das einzige Werk wahrer schöpferischer Fantasie, das in diesem Jahrhundert hervorgebracht wurde. Ich spreche natürlich von den griechischen Schiffsfahrplänen. Ein Werk sublimster Dichtung. Jeder, der im Ägäischen Meer herumgereist ist, wird das bestätigen. Ja, ich denke, ja. Sie sah ihn mit gerunzelter Stirn an. Ich hab einen alten Topf gefunden, sagte sie. Wahrscheinlich nichts wert, unterbrach ihr Vater hastig. Sie wissen ja, wie das ist. Jeder, der zum ersten Mal nach Griechenland fährt, meint, er hat einen alten Topf gefunden. Stimmt's? Es wurde allgemein genickt. Es stimmte. Es war irritierend, aber wahr. Ich hab ihn im Hafen gefunden, sagte sie. Im Wasser, als wir auf die verdammte Fähre warteten. Sarah, ich hab dir doch gesagt, ich wiederhole ja nur, wie du sie genannt hast. Und schlimmer, du hast die mit Wörtern bezeichnet, von denen ich gar nicht wusste, dass du sie kennst. Jedenfalls dachte ich, wenn hier alle angeblich so klug sind, dann könnte mir auch jemand sagen, ob das Ding echt altgriechisch ist oder nicht. Ich glaube, es ist sehr alt. Zeigst du's ihnen bitte, Daddy? Ihr Vater zuckte verzweifelt die Schultern und angelte unter seinem Stuhl herum. Wusstest du, meine junge Dame, sagte Watkins zu ihr, dass die Apokalypse auf Patmos geschrieben wurde? Das wurde sie wirklich, vom heiligen Johannes, wie man weiß. Für mich zeigt sie deutlich, dass sie geschrieben wurde, als der Verfasser auf eine Fähre wartete. Oh ja, ich denke doch, sie beginnt, nicht wahr, in dieser Verträumtheit, in die man gerät, wenn man Zeit totschlägt, sich langweilt, nicht wahr, sich einfach Geschichten ausdenkt und dann erhebt sie sich allmählich zu einer Art Siedepunkt halluzinatorischer Verzweiflung. Ich finde das sehr vielsagend. Vielleicht solltest du einen Aufsatz darüber schreiben. Er nickte ihr zu. Sie sah ihn an, als sei er verrückt. Also, hier ist er, sagte ihr Vater und knallte das Ding auf den Tisch. Bloß ein Töpfchen, wie Sie sehen, sie ist erst sechs, setzte er mit einem gereizten Lächeln hinzu. Stimmt's, Schätzchen? Sieben, sagte Sarah. Der Topf war ziemlich klein, ungefähr fünfzehn Zentimeter hoch und an seiner breitesten Stelle etwa zwölf Zentimeter im Durchmesser. Sein Bauch war fast kugelrund und ein enger Hals ragte ungefähr einen Zoll daraus hervor. Der Hals und etwa die Hälfte der Oberfläche waren mit festgebackenem Lehm verkrustet, aber die Partien des Topfes, die man sehen konnte, hatten eine grobe rötliche Haut. Sarah nahm ihn und drückte ihn dem Professor in die Hand, der rechts von ihr saß. »Sie sehen so klug aus,« sagte sie. »Sagen Sie mir, was Sie denken.« Der Dozent nahm ihn und drehte ihn mit leicht hochnäsigem Gesicht in seinen Händen. »Ich bin sicher, wenn du den Dreck am Boden wegkratzt,« ließ er geistreich verlauten, »denn stünde wahrscheinlich Made in Birmingham drauf.« »So alt, was?« sagte Sarahs Vater und lachte krampfhaft. »Lange her, seit da irgendwas hergestellt wurde.« »Jedenfalls«, sagte der Professor, »nicht mein Fachgebiet.« »Ich bin Molekularbiologe.« »Möchte noch jemand einen Blick darauf werfen?« Auf diese Frage erfolgte zwar nicht gerade ein wildes Begeisterungsgeschrei, aber der Topf wurde trotzdem am anderen Ende des Tisches flüchtig von Hand zu Hand weitergereicht. Er wurde durch dicke Linsen angeglotzt, durch Horngestelle bestiert, über Halbmonde hinweg betrachtet und von jemandem angeblinzelt, der die Brille in seinem anderen Anzug vergessen hatte, der, wie er nur zu sehr befürchtete, inzwischen den Weg zur Reinigung angetreten hatte. Niemand wußte offenbar, wie alt der Topf sei oder machte sich sehr viel daraus. Das Gesicht des kleinen Mädchens wurde wieder länger. »Ein mieser Verein«, sagte Wreck zu Richard. Er griff zu einem silbernen Salzstreuer und hielt ihn in die Höhe. »Liebe junge Freundin«, sagte er, indem er sich nach vorn beugte und sich an sie wand. »Nein, nicht schon wieder, sie alter Narr«, murmelte der alte Archäologe Corley, lehnte sich zurück und legte seine Hände über die Ohren. »Liebe junge Freundin«, wiederholte Wreck, »betrachte diesen schlichten silbernen Salzstreuer, betrachte diese schlichte Mütze.« »Du hast ja gar keine Mütze«, sagte das Mädchen schmollend. »Oh«, sagte Wreck, »einen Augenblick bitte«, ging hinaus und holte seine rote Wollmütze. »Betrachte«, sagte er noch mal, »diesen schlichten silbernen Salzstreuer, betrachte diese schlichte Wollmütze. Ich lege den Salzstreuer in die Mütze so und reiche dir die Mütze. Der nächste Teil des Tricks, liebes Fräulein, ist deine Sache.« Er reichte ihr die Mütze, vorbei an den beiden zwischen ihnen sitzenden Corley und Watkin. Sie nahm die Mütze und schaute hinein. »Wo ist er denn hin?« fragte sie und starrte in die Mütze. »Er ist dort, wo du ihn hingetan hast«, sagte Wreck. »Oh«, sagte Sarah, »ich verstehe. Das war nicht sehr gut.« Wreck zuckte die Achseln. »Ein bescheidener Trick, aber er macht mir immer wieder Spaß«, sagte er und wandte sich von neuem Richard zu. »Nun, worüber haben wir gerade geredet?« Richard sah ihn mit leisem Schrecken an. Er wusste, dass der Professor immer schon zu plötzlichen und erratischen Stimmungswechseln neigte, aber es war, als wäre von einer Sekunde zur anderen alle Wärme aus ihm gewichen. Er zeigte jetzt denselben geistesabwesenden Gesichtsausdruck, den Richard an ihm wahrgenommen hatte, als er am Abend, offenbar völlig unerwartet, vor seiner Haustür angekommen war. Wreck schien Richards Betroffenheit zu spüren und brachte rasch ein Lächeln zustande. »Mein lieber Freund«, sagte er. »Mein lieber Freund, mein lieber, lieber Freund. Was habe ich gerade gesagt?« »Sie sagten eben, mein lieber Freund.« »Ja, aber ich habe das sichere Gefühl, es war eine Einleitung zu etwas. Eine Art kurze Toccata über das Thema, was für ein reizender Kerl Sie sind, ehe ich zum Hauptgegenstand meiner Darlegungen kommen wollte, deren Thema ich im Augenblick vergessen habe. Sie haben keine Idee, was ich gerade sagen wollte?« »Nein?« »Oh, na ja, eigentlich sollte mich das freuen. Wenn jeder genau wüsste, was ich gerade sagen wollte, hätte es ja keinen Sinn, ist er noch zu sagen, nicht wahr?« »Na, wie geht es denn dem Töpfchen unserer jungen Freundin?« Es war bei Watkin angekommen, der erklärte, er sei kein Fachmann auf dem Gebiet, was die alten Griechen für sich als Trinkgerät hergestellt, sondern nur darin, was sie darüber geschrieben hätten. Er sagte, Corley sei der Einzige, dessen Wissen und Erfahrung sie sich alle beugen sollten, und versuchte, ihm den Topf zu reichen. »Ich sagte«, wiederholte er, »Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung sollten wir uns beugen. Oh, nun nehmen Sie doch um Himmels willen die Hände von Ihren Ohren und schauen Sie sich das Ding mal an!« Sanft aber beherzt, zog er Corleys rechte Hand von dessen Ohr weg, erklärte ihm noch mal die Situation und überreichte ihm den Topf. Corley unterwarf ihn einer flüchtigen, aber deutlich fachmännischen Überprüfung. »Ja«, sagte er, »ungefähr zweihundert Jahre alt, würde ich meinen. Sehr primitiv. Sehr plumpes Beispiel seiner Art. Selbstverständlich vollkommen wertlos.« Er stellte ihn mit Nachdruck auf den Tisch und starrte nach oben in die Sänger-Empore, die ihn aus irgendeinem Grund zu ärgern schien. Die Wirkung auf Sarah trat augenblicklich ein. Ohnehin schon entmutigt wurde sie durch die Worte vollkommen deprimiert. Sie biß sich auf die Lippen, ließ sich gegen die Stuhllehne plumpsen und fühlte sich von Neuem total deplatziert und kindisch. Ihr Vater warf ihr einen warnenden Blick von wegen schlechtem Benehmen zu, dann entschuldigte er sich noch einmal ihretwegen. »Ja, Buxtehude«, fuhr er eilig fort. »Ja, der gute alte Buxtehude. Wir werden mal sehen, was wir da machen können. Sagen Sie mir...« »Junges Fräulein«, unterbrach eine Stimme heiser vor Erstaunen, »du bist zweifellos eine Zauberin und Taschenspielerin von verblüffenden Fähigkeiten.« Alle Augen wandten sich Wreck zu, dem alten Blender. Er hatte den Topf in der Hand und betrachtete ihn mit sprachloser Verwunderung. Langsam wanderte sein Blick zu dem kleinen Mädchen, als begreife er zum ersten Mal die Macht eines gefürchteten Gegners. »Ich verbeuge mich vor dir«, flüsterte er. »Und bitte dich, so unwürdig ich auch bin, in Gegenwart solch einer Macht wie deiner das Wort zu ergreifen, um die Erlaubnis, dir zu einem der schönsten Meisterstücke der Zauberkunst zu gratulieren, deren Zeuge zu sein, ich die Ehre hatte.« Sarah starrte ihn mit aufgerissenen Augen an. »Darf ich den Leuten hier zeigen, was du fertiggebracht hast?« fragte er ernst. Sie nickte kaum merklich und er nahm ihren zuvor kostbaren, jetzt leider völlig in Misskredit gebrachten Topf und setzte ihn mit einem heftigen Schlag auf den Tisch. Er zerbrach in zwei unregelmäßige Teile und der festgebackene Ton, der ihn umhüllt hatte, fiel in gezackten Scherben auf die Tischplatte. Ein Teil des Topfes fiel zur Seite, während der Rest stehen blieb. Sarahs Augen starrten auf den fleckigen und angelaufenen, aber deutlich wiederzuerkennenden silbernen College-Salzstreuer, der aufrecht in den Trümmern des Topfes klemmte. »Dummer alter Narr!«, murmelte Corley. Nachdem sich das allgemeine Gelästere und Geschimpfe über diesen billigen Wohnzimmertrick gelegt hatte, das in keiner Weise den Respekt in Sarahs Augen mildern konnte, wandte sich Wreck an Richard und sagte, »Wer war eigentlich damals dieser Freund von Ihnen, als Sie hier waren? »Wenn Sie ihn noch manchmal? Wursche mit einem komischen osteuropäischen Namen? Svlat irgendwas? Svlat Jelly? Erinnern Sie sich an den Jungen?« Richard sah ihn einen Moment lang ausdruckslos an. »Svlat?«, fragte er. »Ach, Sie meinen Dirk! Dirk Jelly!« »Nein, ich hatte nie Kontakt mit ihm. Ich bin ihm ein paar Mal zufällig auf der Straße begegnet, aber das ist auch alles. Ich glaube, er legt sich hin und wieder einen anderen Namen zu.« »Warum fragen Sie?« Hoch oben auf seinem felsigen Vorgebirge saß der elektrische Mönch immer noch auf seinem Pferd, das still und ohne zu klagen allmählich sauer wurde. Unter seiner groben Kutte hervorblickte er ungerührt in das Tal hinunter, mit dem er ein Problem hatte. Aber das Problem war neu und abscheulich für den Mönch, denn es war dies, Zweifel. Er litt nie lange daran, aber wenn er es tat, nagte der Zweifel an den Grundfesten seiner Existenz. Der Tag war heiß, die Sonne stand an dem leeren, dunstigen Himmel und brannte auf die grauen Felsen und das kümmerliche, verdorrte Gras herunter. Nichts rührte sich, nicht einmal der Mönch. Aber sonderbare Dinge begannen in seinem Hirn zu brodeln, wie sie es hin und wieder taten, wenn ein Datenteilchen fehlgelenkt wurde, während es den Inputpuffer passierte. Aber dann begann der Mönch zu glauben, unruhig und nervös zunächst, doch dann mit der mächtigen, sengenden, weißen Flamme des Glaubens, die alle seine früheren Glaubensbekenntnisse umstürzte, den dusseligen Glauben, dass das Tal rosa sei, inklusive, und er begann zu glauben, dass irgendwo da unten in dem Tal, etwa eine Meile von der Stelle entfernt, wo er saß, sich in Kürze eine mysteriöse Tür in eine seltsame, ferne Welt öffnen werde. Eine Tür, durch die er hindurchreiten könnte. Eine erstaunliche Vorstellung. Erstaunlicherweise aber hatte er in diesem einen Fall absolut recht. Das Pferd spürte, dass irgendetwas in der Luft lag. Es spitzte die Ohren und schüttelte leise den Kopf. Es war in einer Art Trance verfallen, weil es so lange immerfort auf denselben Felsklumpen gestarrt hatte und war bald selber so weit, dass es der Vorstellung verfiel, alles sei rosa. Es schüttelte den Kopf etwas heftiger. Ein leichtes Zucken an den Zügeln, ein Tritt des Mönchs mit den Hacken, und sie setzten sich in Bewegung und bahnten sich vorsichtig ihren Weg, den felsigen Abhang, hinunter. Der Weg war schwierig. Vieles war loser Schiefer. Loser, braungrauer Schiefer, auf dem sich hin und wieder eine braune oder grüne Pflanze an ihre unsichere Existenz klammerte. Der Mönch bemerkte das ohne jede Verwirrung. Er war jetzt ein älterer, weiserer Mönch und hatte allen Kinderkram hinter sich. Rosa Täler, hermaphroditische Tische, all das waren natürliche Stadien, durch die man auf dem Weg zur wahren Erleuchtung hindurch musste. Die Sonne brannte erbarmungslos auf sie herunter. Der Mönch wischte sich den Schweiß und Staub vom Gesicht und machte kurz Rast, wobei er sich zu dem Hals des Pferdes vorbeugte. Er eugte durch den flirrenden Hitzeschleier auf einen gewaltigen Felsen hinab, der auf der Sohle des Tales aus dem Boden ragte. Dort, hinter diesem Felsen, lag der Punkt, an dem, wie der Mönch meinte, oder vielmehr bis ins Mark seiner Existenz leidenschaftlich glaubte, die Tür erscheinen werde. Er versuchte, näher hinzusehen, aber die Einzelheiten der Aussicht schwammen wirr durcheinander in der heißen, aufsteigenden Luft. Als er sich auf seinem Sattel wieder gerade setzte und eben das Pferd vorwärts treiben wollte, bemerkte er plötzlich etwas ganz Merkwürdiges. An einer nahegelegenen, ziemlich ebenen Felswand, und zwar so nah, dass der Mönch verwundert war, dass es nicht schon vorher bemerkt hatte, befand sich ein riesiges Bild. Das Bild war plump gezeichnet, wenn auch nicht ohne eine gewisse Eleganz in der Linienführung, und schien sehr alt zu sein, möglicherweise wirklich sehr, sehr alt. Es war verblichen, abgebröckelt und fragmentarisch, und man konnte kaum mit einiger Sicherheit entscheiden, was es darstellte. Der Mönch ritt näher an das Bild heran. Es sah wie eine primitive Jagdszene aus. Die vielen dunkelroten, mehrgliedrigen Wesen waren deutlich frühgeschichtliche Jäger. Sie trugen plumpe Speere und setzten erbarmungslos einem gehörnten und gepanzerten Geschöpf nach, das bei der Jagd offenbar bereits verwundet worden war. Die Farben waren mittlerweile so schwach, dass sie fast nicht mehr zu erkennen waren. Im Grunde war das Einzige, was deutlich zu sehen war, das Weiß der Zähne der Jäger, das mit einer Helligkeit leuchtete, deren Strahlkraft durch den Verlauf, der sicherlich wohl vielen Tausende von Jahren, völlig ungemindert geblieben war. Ja, sie ließen sogar die Zähne des Mönchs in einem trüben Licht erscheinen, und er hatte sie sich doch erst diesen Morgen geputzt. Der Mönch hatte Bilder wie dieses schon früher gesehen, aber nur auf Abbildungen oder im Fernsehen, nie im wirklichen Leben. Man fand sie gewöhnlich in Höhlen, wo sie vor den Elementen geschützt waren, sonst würden sie nicht überdauert haben. Der Mönch sah sich die unmittelbare Umgebung der Felswand genauer an und stellte fest, dass, wenn das Bild sich auch in keiner richtigen Höhle befand, es doch durch einen gewaltigen Felsüberhang abgeschirmt und vor Wind und Regen gut geschützt war. Trotzdem seltsam, dass es sich so lange erhalten hatte. Noch seltsamer, dass es offensichtlich noch nicht entdeckt worden war. Felsbilder wie dieses waren allesamt berühmt und allgemein bekannt, aber dieses war keines, das er irgendwann schon mal gesehen hatte. Vielleicht war das ein aufsehenerregender historischer Fund, den er hier gemacht hatte. Vielleicht würde er, wenn er in die Stadt zurückkehrte und die Entdeckung meldete, wieder mit Freuden aufgenommen, bekäme eine neue Grundplatine und dürfe glauben, glauben, ja, was denn glauben? Er hielt inne, zwinkerte mit den Augen und schüttelte den Kopf, um einen vorübergehenden Systemfehler zu beheben. Er erteilte sich eine schroffe Zurechtweisung. Er glaubte an eine Tür. Er musste diese Tür finden. Die Tür war der Weg zu... Zu... Die Tür war der Weg. Gut, Großbuchstaben waren immer die beste Art, mit Dingen fertig zu werden, auf die man keine gute Antwort wußte. Brüsk zerrte er den Kopf des Pferdes herum und trieb es weiter talwärts. Nach einigen weiteren Minuten geschickten Lavierens erreichten sie die Talsohle, und der Mönch entdeckte zu seiner momentanen Verwirrung, dass die feine Staubschicht, die sich auf der braunen, dürren Erde abgelagert hatte, tatsächlich von einem blassbräunlichen Rosa war, besonders an den Ufern des trägen, morastigen Rinnsals, was alles war, was in der heißen Jahreszeit von dem Fluß übrig blieb, der durch das Tal strömte, wenn die Regenfälle einsetzten. Er stieg ab und bückte sich, um den rosa Staub zu gefühlen und durch seine Finger rinnen zu lassen. Er war sehr fein und weich und fühlte sich angenehm an, als er ihn sich auf die Haut strich. Er hatte dieselbe Farbe wie sie, vielleicht etwas blasser. Das Pferd sah ihn an. Ihm wurde klar, ein bisschen verspätet vielleicht, dass das Pferd wahnsinnigen Durst haben müsse. Er selbst hatte auch wahnsinnigen Durst, hatte aber versucht, nicht dran zu denken. Er schnallte die Wasserflasche vom Sattel los. Sie war jammervoll leicht. Er schraubte sie auf und trank einen kräftigen Schluck. Dann goß er ein wenig in seine hohle Hand und hielt sie dem Pferd hin, das kurz und gierig daraus schlürfte. Das Pferd sah ihn wieder an. Der Mönch schüttelte traurig den Kopf, schraubte die Flasche wieder zu und hängte sie an ihren Platz zurück. Er wußte in dem kleinen Teil seines Gehirns, in dem er konkrete und logische Informationen sammelte, dass er mit dem Wasser nicht mehr lange hinkommen werde. Und ohne es auch nicht. Es war nur sein Glaube, der ihn hochhielt. Im Augenblick sein Glaube an die Tür. Er klopfte sich den rosa Staub von der groben Kutte, dann stand er da und blickte zu der Felsenklippe hinüber, die keine hundert Meter entfernt war. Er blickte nicht ohne ein leichtes, winziges Zittern hinüber, obgleich der größere Teil seines Inneren in seinem ewigen und unerschütterlichen Glauben ruhte, dass hinter dem Felsen eine Tür und diese Tür der Weg sei, konnten doch winzige Teile seines Hirns, die über die Wasserflasche Bescheid wussten, nicht umhin, sich an frühere Enttäuschungen zu erinnern, und sandten einen sehr leisen, aber schrillen Warnton aus. Wenn er sich dazu entschlüsse, nicht zu der Tür zu gehen, dann könnte er ewig weiter an sie glauben. Sie bliebe der Richtpunkt seines Lebens, so wenig auch davon noch übrig war, sagte der Teil seines Gehirns, der über die Wasserflasche Bescheid wusste. Wenn er andererseits hinginge, um der Tür seine Ehrfurcht zu erweisen, und sie wäre gar nicht da, was dann? Das Pärt wierte ungeduldig. Die Antwort war natürlich sehr einfach. Er besaß eine ganze Serie von Schaltkreisen, die genau für dieses Problem zuständig waren. Ja, im Grunde war das der eigentliche Kern seiner Funktion. Er würde weiter daran glauben, ganz egal, wie die Tatsachen auch aussehen. Denn welchen Sinn hätte sonst der Glaube? Die Tür wäre da, auch wenn sie gar nicht da wäre. Er riss sich zusammen. Die Tür würde dort sein, und er musste jetzt hingehen, denn die Tür war der Weg. Statt wieder auf sein Pferd zu steigen, führte er es. Der Weg war nur ein kurzer Weg, und er wollte in Demut vor die Tür treten. Er ging mutig und aufrecht, und mit feierlicher Langsamkeit, er näherte sich dem Felsen. Er erreichte ihn. Er bog um die Ecke. Er guckte. Die Tür war da. Das Pferd, das muss gesagt werden, war ziemlich erstaunt. Der Mönch fiel vor Ehrfurcht und Verblüffung auf seine Knie. Er war dermaßen darauf gefasst gewesen, mit der Enttäuschung fertig zu werden, die normalerweise sein Schicksal war, obwohl er das nie zugeben würde, dass er auf das hier überhaupt nicht vorbereitet war. Er starrte die Tür in purer, sprachloser Systemverwirrung an. Es handelte sich um eine Tür, wie er noch keine gesehen hatte. Alle Türen, die er kannte, waren große, stahlarmierte Ungetüme, und zwar wegen all der Videorekorder und Geschirrspüler, die dahinter verwahrt wurden, und natürlich all die teuren elektrischen Mönche, die gebraucht wurden, um an all das zu glauben. Die hier war schlicht, hölzern und klein, ungefähr von seiner Größe. Eine Tür im Mönchsformat, weiß gestrichen mit einem einzigen, leicht verbeulten Messingknopf auf einer Seite, etwas unter halber Höhe. Sie saß einfach an der Felswand, ohne eine Erklärung, woher sie komme oder wozu sie gut sei. Kaum wissend, was er wagte, rappelte sich der arme, verdutzte Mönch wieder hoch und ging, sein Pferd am Zügel führend, ängstlich darauf zu. Er streckte die Hand aus und berührte sie. Er erschrak dermaßen, als keine Alarmglocken losschrillten, dass er einen Satz zurückmachte. Er berührte sie noch mal, diesmal etwas fester. Er ließ seine Hand langsam auf den Knopf sinken. Wieder kein Alarm. Er wartete, um ganz sicher zu sein. Dann drehte er ihn sehr, sehr vorsichtig herum. Er spürte, wie ein Mechanismus klickte. Er hielt den Atem an. Nichts. Er zog die Tür auf sich zu, und sie kam ihm ohne weiteres entgegen. Er blickte ins Innere, aber da drin war es so düster, im Gegensatz zu der Wüstensonne draußen, dass er nichts sehen konnte. Schließlich trat er fast tot vor Staunen ein und zog das Pferd hinter sich her nach drinnen. Eine Gestalt, die außer Sichtweite hinter dem nächsten Felsen gesessen hatte, hörte ein paar Minuten später damit auf, sich Staub ins Gesicht zu reiben, erhob sich, streckte ihre Glieder und ging zurück zu der Tür, während sie sich die Kleider abklopfte. In Xanadu schuf Kubla Khan einst einen Prachtbau hoch und her. Der Vorleser gehörte deutlich der Denkschule an, die der Meinung ist, dass ein Gefühl für den Ernst oder die Größe eines Gedichts am besten vermittelt wird, wenn es in einem albernen Sing-Sang vorgetragen wird. Er schraubte die Stimme in die höchsten Höhen und ließ sie dann auf die Worte niedersausen, dass man den Eindruck hatte, sie duckten sich und flüchteten sich in Sicherheit. Wo alf der heilige Fluss einst ran, durch unzählbare Schluchten, dann in sonnenloses Meer. Richard lehnte sich behaglich in seinem Stuhl zurück. Die Worte waren ihm sehr, sehr vertraut, wie es bei jedem Englischstudenten des Sunsetz-Colleges gar nicht anders sein konnte, und sie strömten mühelos in sein Inneres. Die Beziehung des Colleges zu Coleridge wurde wirklich sehr ernst genommen, und das trotz des Mannes allseits bekannter Vorliebe für gewisse Entspannungspharmazeutiker, unter deren Einfluss dieses, sein bedeutendstes Werk, in einem Traum verfasst worden war. Das ganze Originalmanuskript befand sich im sicheren Gewahrsam der College-Bibliothek, und eben hieraus wurde zu den regelmäßig wiederkehrenden Anlässen des Coleridge-Dinners das Gedicht vorgelesen. Zehn Meilen Fruchtlands auf und ab bald Turm und Mauer rings umgab, Gärten gab's hier von Bächen rings durch Wald, drin blühte mancher Weihrauch Trechtgebaum, und Wälder gab es wie Gebirg uralt die bargen sonnenstrahlend grünen Raum. Richard fragte sich, wie lange es dauern würde. Er schielte seitwärts zu seinem früheren Studienleiter hinüber und fühlte sich durch die massive Entschlossenheit von dessen Vorlesepose gestört. Die leiernde Stimme irritierte ihn zunächst, aber nach einer Weile begann sie ihn einzulullen, und er sah einem Wachs-Rinnsal zu, das langsam über den Rand einer Kerze sickerte, die inzwischen herabgebrannt war, und ihr tröpfelndes Licht auf das Gemetzel des Essens warf. Doch oh, der tiefe Abgrund dort, sich neigend im Grün, bis wo das Zedern dickigt schauert, bezirkt der Wildnis, heilig, zauberisch, schweigend, wie nur ein Ort, auf dem im Monde reigend laut eine Frau um den Geliebten trauert. Die wenigen Schlucke Rotwein, die er sich im Laufe des Essens gestattet hatte, durchströmten warm seine Adern und bald begannen seine Gedanken zu wandern und durch Rex zuvor während des Essens geäußerte Frage darauf gebracht, überlegte er, was eigentlich in letzter Zeit aus ihm geworden sei. Seinem ehemaligen, ja, war Freund das richtige Wort? Er schien eher eine Folge ungewöhnlicher Ereignisse als ein Mensch zu sein. Die Vorstellung, dass er tatsächlich Freunde haben könne, erschien als solche nicht so unwahrscheinlich, eher wie eine Art Unvereinbarkeit von Begriffen, wie die Idee, die Suezkrise sei wegen eines Korinthenbrötchens ausgebrochen. Sflat, Jelly, allseits als Stirk bekannt, obwohl wiederum allseits bekannt kaum richtig war. Verschrien, das bestimmt, gesucht, endlosen Spekulationen ausgesetzt, auch das war richtig, aber allseits bekannt? Nur in dem Sinne, wie ein schwerer Unfall auf der Autobahn allseits bekannt sein könnte. Alle fahren langsamer, um sich die Sache ausführlich anzusehen, aber keiner fährt zu nah an die Flammen heran. Berüchtigt kam dem schon näher. Sflat, Jelly, berüchtigterweise als Dirk bekannt. Er war dicker als der Durchschnittsstudent und trug mehr Hüte. Das heißt, es gab nur den einen Hut, den er üblicherweise trug, aber er trug ihn mit einer Hingabe, die bei einem so jungen Menschen selten war. Der Hut war dunkelrot und rund, hatte eine sehr flache Krempe und schien sich wie auf Kardanringen zu bewegen, die stets und ständig seine vollkommene Waagerechte garantierten, ganz gleich, wie sein Besitzer auch den Kopf drehte. Als Hut war er ein eher bemerkenswertes als ein durchweg gelungenes Accessoire menschlicher Verschönerung. Er wäre eine elegante Zierde gewesen, flott, formvollendet und schmeichelhaft, wenn der Träger eine kleine Nacht schlagte Schlampe gewesen wäre, aber nicht andersrum. Ihn umkreisten Leute, die durch die Geschichten über ihn angezogen wurden, die er stets bestritt, aber was der Ursprung all dieser Geschichten sein mochte, wenn nicht seine eigenen Dementis, war nie ganz klar. Die Geschichten drehten sich um die übersinnlichen Kräfte, die er von der Familie seiner Mutter geerbt hatte, die, wie er behauptete, im vornehmeren Teil von Transsylvanien gelebt hatte. Das heißt, er stellte niemals eine derartige Behauptung auf und sagte, das sei der allerlächerlichste Blödsinn. Er bestritt ihn nagisch, dass es überhaupt Vampire irgendwelcher Art in seiner Familie gebe und drohte jeden zu verklagen, der solche böswilligen Märchen herumerzählte, aber er lief dennoch sehr gern in einem weiten, schlapprigen Ledermantel herum und hatte in seinem Zimmer einen von diesen Apparaten stehen, die angeblich kranke Rückenkurieren helfen, wenn man sich kopfüber dran aufhängt. Er ließ es zu, dass Leute ihn zu allen möglichen Stunden des Tages an diesem Apparat hängend vorfanden, vor allem aber des Nachts, und das ausdrücklich, so dass er ihn nagisch bestreiten konnte, dass es auch nur das geringste bisschen zu bedeuten habe. Mithilfe einer raffinierten Serie strategisch aufgestellter Dementis über die aufregendsten und exotischsten Dinge gelang es ihm, die Legende in die Welt zu setzen, er sei ein übersinnlicher, mystischer, telepathischer, weltentrückter, hellseerischer, psychosachsischer Vampir. Was bedeutet psychosachsisch? Es war sein eigenes Wort, und er bestritt ihn nagisch, dass es irgendetwas bedeutete. Und diesem Abgrund tosend, ungezügelt, als ging des Erdballts Harzschlag hier beflügelt, entrang ein mächtiger Quell sich hier und da, und wo Jählings seinen Pfad er sah, gab's Steingewirbel. Dirk war auch ewig pleite gewesen. Das sollte sich ändern. Sein Zimmergenosse war es, der das in Gang setzte, ein leichtgläubiger Bursche namens Mander, der, wenn die Wahrheit herausgekommen wäre, wahrscheinlich von Dirk ausdrücklich wegen seiner Gutgläubigkeit dazu ausgesucht worden war. Steve Mander bemerkte, dass Dirk jedes Mal, wenn er betrunken ins Bett ging, im Schlaf redete. Nicht nur das, sondern die Dinge, über die er im Schlaf redete, waren Sachen wie »Die Öffnung von Handelswegen nach Murmel-Murmel-Plapper war der Wendepunkt in der Ausdehnung des Reiches in der Schnarch-Laber-Murmel. Äußern Sie sich dazu!« »Wie ein Hagelschlag, wie Weizenspreu gedroschen, Tag um Tag!« Als das zum ersten Mal passierte, setzte Steve Mander sich kerzengerade in seinem Bett auf. Es war kurz vor den Vorprüfungen im zweiten Jahr, und was Dirk gerade gesagt beziehungsweise verständlich gemurmelt hatte, klang auffallend wie eine sehr wahrscheinliche Prüfungsfrage in Wirtschaftsgeschichte. Mander erhob sich leise, ging hinüber an Dirks Bett und lauschte angestrengt, aber außer einem völlig zusammenhanglosem Gemurmel über Schleswig-Holstein und den preußisch-französischen Krieg, über welchen letzteren Dirk zumindest das Wort in sein Kopfkissen richtete, erfuhr er nichts weiter. Die Neuigkeit jedoch verbreitete sich still unter der Hand und wie ein Lauffeuer. Und in dem felsigen Tosen jäh und immer sah man des heiligen Flusses flüchtigen Schimmer. Die nächsten Monate stellte Dirk fest, dass er in einem Fort wie ein Fürst bewirtet wurde, in der Hoffnung, er werde die kommende Nacht sehr tief schlafen und im Traum noch ein paar Examensfragen verraten. Untertitelung des ZDF,